hallo youtube und herzlich willkommen bei botan sagt ja das gewinnspiel ist zu ende es hat sagen es hat sag und schreibe eine mitgemacht in dem falle sage ich schon mal glückwunsch andy und was wir jetzt gerade was wir jetzt machen werden wir werden genau das tun was in seinem kommentar drin steht und zwar steht da drin das zeige ich euch sofort moment ja jetzt ohne das video abzuspielen hoffentlich endys kommentar war verbrennen ist das war sein wunsch ihr könnt es lesen ihr seht es hier versteht hier verbrennen ist und das werden wir jetzt tun ja so sieht es aus hier haben wir den okay ihr seht nichts freigeruelt jetzt gerade etwas nachgeholt oder nein das ist nicht aber den sparen wir uns bis zuletzt auf so wir müssen ja auch konsequent sein na komm schon raus da ist es das cover ja jetzt hoffe ich nur dass mein feuerzeug auch funktioniert liebe kinder zu hause nicht nachmachen brennt nicht jetzt 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 mein freundlich jetzt aber er kommt komm komm na es will einfach nicht brennen das erweist sich als hartnäckig endy wie du siehst das stinkt wie so die berge na komm schon jetzt brennen endlich was eine geburt wird jetzt was ja das sieht doch schon gar nicht schlecht aus ja da wird sich der battlefield hersteller freuen wer ist das überhaupt gute frage ach ja gut da habe ich keine bedenken was zu verbrennen also falls ihr jetzt noch fragen habt dass ich über ea moment denke das war jetzt ich war ja lange zeit ein großer fan von dem fußballmanager von ihnen das erweist sie wieder zartnäckig es funktioniert mein feuer nicht mehr ist ja mal übel mal gucken ob ich noch eins habe das funktioniert ja das schon mal nicht ich habe sehr viele feuerzeuge aber keins funktioniert doch da hat das funktioniert wieder kurzzeitig zumindest aber nicht lang genug ein königreich für ein vernünftiges feuerzeug so lustig jetzt kann ich gleich wieder rauchen wenn ich noch zum licht rauche ich unterbreche mal hier kurz die aufnahme und melde mich gleich wieder wenn ich ein neues feuerzeug gefunden habe ja bis gleich würde ich sagen so da bin ich auch wieder ich habe kein feuerzeug gefunden habe ich habe mir eine kerze besorgt und eine halbe ewigkeit gebraucht um die in gang zu kriegen doch wir sind immer noch dabei battlefield zu verbrennen also close quarter das addon das ich verschenken wollte da es keiner wollte gehe ich halt wie gesagt endys wunsch nach und verbrenne es weil er es ja er war der einzige in den kommentar geschrieben hat so das stinkt wie hölle ich sag's euch na jetzt brenn doch endlich mensch endlich wenn du wüsstest was für eine geburt das ist das hier zu verbrennen aber jetzt komm jetzt komm jetzt komm jetzt komm jetzt komm es will nicht es will nicht komm schon renn endlich runter kann doch wohl nicht sein ich kann euch sagen wenn ihr ein lagerfeuer mit sowas anmachen anmachen wollt dann lasst euch zeit weil das wird nie brennen das ist das hartnäckig das video wird eine überlänge guck mal es wird einfach nichts es wird nichts ja endy wie du schon sagt das ist lustiger aber nochmal liebe kinder macht das zu hause nicht nach wenn ihr die dämpfe hier einatmet wo auch weiter damit ein also mir wird richtig schwindig dabei so und jetzt hier der kot so ah der brennt besser so boah hoh 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 so also ich hab das hier in dem topf drin ja nicht dass ihr denkt ich füge mir die fakte hier meine bude ab so andy beim boah bei aller liebe besser geht es nicht ich hab äh boah du siehst es rauft wie sau ich hab also meinen job erfüllt ja kann nur sagen bleibt das nächste mal wieder dabei wenn es heißt wo dann sorgt bis dann ciao